Ich bin quasi so rumgeirrt wie im Wald. Am Ende war ich an der gleichen Stelle, habe gar keinen Weg irgendwo hingemacht, weil ich auch nicht wusste, wohin ich überhaupt gehen möchte, sondern ich bin wie ein Wilder einfach nur rumgeirrt. Unsere BotschafterInnen, das sind Personen, die man nicht zwingend kennt. Man könnte schon fast sagen, kennt keinen Sau, aber das sind Leute, die sich wirklich engagieren. Wir dürfen und sollen uns in einer Gesellschaft, vor allem in einer demokratischen Gesellschaft, sehr gerne ermutigen, das Maximum für die Gesellschaft zu leisten. Es wären es Leute am Montagmorgen. Neven Subotic, sagen wir mal all denjenigen, die vielleicht nicht bei dem Namen gleich Bescheid wissen, die Karriere, die sportlich immer so ein bisschen anreißen. Heute 33 Jahre alt, in der Bundesliga, wenn ich mich nicht verguckt habe, über 230 Mal für Mainz, Dortmund, Köln, Union, Berlin gespielt. Welchen Raum in Ihrem Leben hat der Sport mal eingenommen? Das war der Raum, in dem ich mich befand. Es gab gar keinen anderen Raum außerhalb dessen, denn ich bin mit 17 nach Deutschland gekommen, war sofort Profi. Ein paar Jahre später bei Dortmund wurden wir dann Meister und das ist ein Raum, der dann immer gefühlt enger wird und alles dreht sich nur noch um Fußball, um den Erfolg. Und wir hatten nun mal einen hohen Erfolg, der das auch noch mal so richtig nach vorne getrieben hat. Deshalb, ich glaube, es gab eine Zeit lang, da konnte ich noch nicht mal außerhalb von Fußball nachdenken. War das auch so ein bisschen im Rausch? Auf jeden Fall. Das Leben, wenn man, vor allem wie ich, so sehr strikt erzogen wurde, dann mit 17 aus dem Haus ist, der noch Geld bekommt durch den Fußball, dann auf einmal Frauen einen noch ganz hübsch finden oder ganz reich, wie auch immer, eins von beiden, dann nimmt das Fahrt auf und dann ist man auch auf dem Rausch, dann ist man auf jeder Party dabei, dann wird man um alles gefragt, hat auch das Gefühl, dass alle Leute um einen herum eigentlich nur denken, boah, was für ein toller Mensch man ist. Obwohl man eigentlich nur gut Fußball spielen kann, wird das auf die Komplettperson übertragen. Gut, aber Fußball spielt ja nun mal in der Gesellschaft eine richtig wichtige Rolle, ist für viele auch ein Ventil, am Wochenende irgendwie die Mannschaft anzufeuern oder sich zu ärgern, wenn es mal nicht so läuft. Sie haben die Top-Zeiten von Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp mitgemacht, Meisterschaften, Pokal gewonnen. Gibt es da so den einen Supermoment, der für immer im Kopf bleiben wird? Es gibt einen Haufen Supermomente, die ich erleben durfte. Sicherlich einer der wertvollsten war die erste Meisterschaft, weil wir keine Mannschaft waren, von der man das erwartet hat. Also das ist jetzt wie, wenn heute diese Saison der VfB-Meister wird. Es gibt nicht viele Leute, die den Tipp gemacht haben, aber die werden richtig froh. Und bei uns war das halt der Fall irgendwie. Wir haben uns von Spiel zu Spiel etabliert. Plötzlich standen wir am Ende vorne, waren Erster, schon ein paar Spieltage vor Schluss. Und bei der Meisterfeier waren dann 600.000 Leute in Dortmund. Also es war brechenvoll, alle Generationen vertreten. Ein wahnsinniges Gefühl. Und ich hatte nochmal eine kleine eigene Party feiern dürfen, denn direkt nach dem Spiel, wo wir die Meisterschaft gewonnen haben, wusste keiner, was jetzt passiert. Ich weiß, ich wollte irgendwie in die Stadt mit den Fans sein, das auch hautnah erleben, anstatt nur irgendwie in der Kabine mit den Kollegen sein. Und habe dann eben in der Stadt gemeinsam mit Fans gefeiert. Davon gibt es auch Videos auf YouTube, die noch heute anzusehen sind. Also ich habe jetzt alleine schon vor meinem geistigen Auge in Erinnerung diesen Zug, den es gab um den Borsigplatz herum in Dortmund, wo, glaube ich, auch kein Gesicht mehr nüchtern aussah auf dem Wagen, inklusive Jürgen Klopp. Und ja, das hat sich ja so eingebrannt. Das muss doch wirklich eine beeindruckende Zeit gewesen sein. Jetzt haben Sie gerade gesagt, mit 17 sind Sie Profi geworden. War das dann zu früh oder gibt es da zu früh eigentlich nicht? Ich glaube, eine Vorbereitung dafür kann es nicht geben. Meine Eltern und ich bis dato sind nicht von Geld gekommen. Wir hatten gar keinen Umgang damit. Wir waren auch nicht prominent in irgendeinem Kontext. Und plötzlich da reinzuspringen, also in Magazinen zu sein, jede Woche bewertet zu werden. Geld zu haben und Prominenz. Geld und Prominenz, die beiden Sachen. Und auch in dieser Fall so eine sehr positive Prominenz, die sich allein in der Fußballwelt spiegelt, die aber dann, da es ja keine Person außerhalb dessen gibt für mich, ja dann auf die Gesamtperson überträgt. Dafür gibt es keine Vorbereitung. Auch die Vereine stellen da keine Vorbereitung her. Und die Gewerkschaft in Deutschland ist leider unterentwickelt. So ist man ein bisschen auf sich selbst gestellt. Man weiß nicht, was man tun soll. Und bei mir sah das dann so aus. Ich bin in Deutschland angekommen, habe geguckt, was machen denn die anderen Spieler? Ah gut, die fahren Autos und die fahren tolle Autos und teure Autos. Ja, und die haben auch tolle Freundinnen. Die sind ganz hübsch. Ja gut, das möchte ich auch alles haben. Ich habe also nur das Äußerliche bewertet. Habe gar nicht verstanden, dass das komplett falsch ist und mich auf den falschen Weg gebracht hat. Aber viele, glaube ich, bewegen sich auf diesen Weg, weil der scheinbar sich am natürlichsten oder am einfachsten einfühlt. Und bevor man es weiß, ist man so völlig weg und vergriffen in diesem Kosmos des Elitismus. Sie galten auch zu Ihrer aktiven Zeit ja schon als so eine Art Exot, sage ich mal, der nicht nur ein Buch richtig rumhalten konnte, sondern auch eins gelesen hat. Das sind zwar immer dann klassische Vorurteile, der Fußballer liest nicht, aber war genau so, oder? Nein, es gibt, glaube ich, schon einige Fußballer, die auch Bücher lesen. Das ist ganz klar. Ich glaube, das Exotische bei mir war, dass ich einerseits weg von dieser Charity-Szene gekommen bin und dann auch wirklich irgendwann mal eine eigene Stiftung gegründet habe. Ziemlich früh? Ziemlich früh, jetzt vor zehn Jahren. Also wir haben ein zehnjähriges Jubiläum jetzt dieses Jahr. Und damit kam auch eine sehr sachliche Auseinandersetzung. Ich bin jemand, der sehr gerne Sachen versucht zu verstehen. Und umso komplexer die Sachen werden, umso mehr Interesse weckt, das bei mir, sie zu verstehen. Und vor allem, wenn es um Armut geht auf globaler Ebene, wenn es um die Wasserversorgung geht, da bin ich dann sehr fasziniert von und habe dann solche Sachbücher gelesen. Also keine Romane mag ich bis heute nicht, sondern ich mag echt lernen und mein eigenes Wissen erweitern. Und vor allem, das nicht nur so zu machen, damit ich das Wissen habe, sondern vor allem, wenn es Relevanz hat und ich das auch anwenden kann in meinem Arbeitsalltag. Das haben Sie in der trainingsfreien Zeit schon zur aktiven Karriere gemacht. Was haben die anderen so gemacht? Trainingsfreie Zeit? Vielleicht hat der eine oder andere auch mal einen Roman gelesen. Ich glaube, diese Sachbücher eher nicht, sonst hätte ich mit der Person ja auch eher gesprochen. Ansonsten, so wie ich auch davor, bevor ich die Stiftung gegründet habe, auch wahrscheinlich so gelebt. Und zwar kommst du nach Hause, erst mal Playstation spielen, dann vielleicht der eine oder andere hat noch einen Hund, dann geht er noch mit dem raus, hat eine Freundin, schaut noch einen Film. Heutzutage würde man das Netflix und Chill dann benennen. Man ist einfach da und gammelt so ein bisschen vor sich hin. Und eine lange Zeit habe ich das auch genauso getan, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun soll. Ich meine, Fußball lief super. Dadurch kam auch die Bestätigung, ich bin herausragend scheinbar, offensichtlich. Selbst wenn ich am Tag dann einfach acht Stunden so gefühlt nichts gemacht habe. Und das hat sich dann auch irgendwann mal geändert, als ich die Stiftung gegründet habe. Gab es den Moment, an dem Sie angefangen haben, Dinge zu hinterfragen, um dann zu diesem Schritt zu kommen, ich mache da mal eine Stiftung auf? Ja, es war ein schleichender Prozess. Ich war eigentlich, als ich mit 17 nach Deutschland gekommen bin, schon in Anführungsstrichen sozial engagiert. Damals in Mainz, in einem Kinderheim. Ich fand das richtig, fand aber auch, dass meine Anwendung nur limitiert war. Ich war ab und zu mal da, viel häufiger, als man von mir erwartet hätte. Aber nicht so sehr, dass ich das Gefühl hatte, ich gebe jetzt wirklich alles hier. Das Gleiche hat sich dann nochmal ergeben in Dortmund. Wieder wurde ich eingesetzt, so wie es klassisch ist beim Promi. Der unterzeichnet mal, macht mal hier eine Spende, steht für ein Foto noch zur Verfügung. Ich dachte mir, ja, auch wenn das hier nicht falsch ist, es ist limitiert für mich. Ich glaube, ich kann mich viel besser einbringen. Ich glaube, ich möchte auch, wenn ich mich engagiere, mich jetzt nicht nur für Dortmund und die Umgebung engagieren oder nur für meine Familie in Bosnien. Irgendwie finde ich das auch total limitierend. Und somit kam dann die Möglichkeit, wirklich Sachen neu zu sehen. Ich wusste, was ich nicht möchte. Ich wusste noch nicht, was ich möchte. Dabei haben Freunde geholfen, die in meinem Alter waren, private Freunde, die dann studiert haben. Die eine hat Philosophie studiert. Die andere hat sich sehr stark mit Geschichte und der Kolonialgeschichte auseinandergesetzt und was das heute in unserer Gesellschaft noch für Auswirkungen hat. Und plötzlich hatte ich dann die Möglichkeiten, mal wirklich sehr zukunftsorientiert zu denken. Wo denke ich eigentlich, ist der größte Hebel, den ich haben kann? Wie kann ich den konzipieren, anwenden? Dann kam noch ein Freund hier aus Pforzheim, der selbst auch eine Stiftung hatte und meinte, du kannst mal eine Stiftung gründen. Das klingt erstmal gewaltig. Vor allem, wenn man 22 ist. Dann denkt man, keinesfalls. Das war auch meine Reaktion. Nee, das macht man nicht. Durchschnittsalter, Fun Fact. Für einen Stiftungsgründer ist 55 Jahre alt. Also ich war... Deutlich drunter. Deutlich drunter. Hab mich aber dann insgeheim damit auseinandergesetzt. Was ist das wirklich? Und als ich verstanden habe, das ist einfach erstmal eine Organisation, die alles kann, solange es gemeinützig ist. Das ist natürlich die Abgrenzung und der Fokus, den ich hatte. Und plötzlich hatte ich dann eine Plattform, auf die ich aufbauen konnte. Ich will nochmal auf das Leben ein wenig zurückschauen, auf das des Fußballers. Satte Summen werden gezahlt. Haben Sie auch in Ihren Verträgen gehabt? Wie viele Autos hatten Sie so gleichzeitig in der Garage stehen? Zu Hochzeit fünf, wenn man ein Motorrad noch dazu zählt. Und die Logik dahinter war, ich hatte einen Berater, wenn der da ist, dann muss der auch irgendwie rumkommen, dann muss der ein Auto haben. Mein bester Freund war auch dann Assistenz quasi und hat Hausverwaltung und so weiter gemacht. Es wurden alle ausgestattet? Alle wurden ausgestattet. Ich war ein lieber Typ. Lieb oder dumm oder beides irgendwie dann auch zugleich. Und dann sollte es ja auch noch so sein, dass wenn ich mal mit vielen Leuten unterwegs bin, dass das nicht dann daran hadert. Man muss sagen, ich war nie derjenige mit vielen Freunden. Aber trotzdem hatte ich ein Auto für den Fall der Fälle, dass das sich mal ändern sollte. Und irgendwie war jede Entscheidung so ein bisschen sehr schnell. Im Sinne von, ja, Autos hat man, der braucht eins, also kaufe ich eins. Okay. Und wie viele sind es heute? Wie viele Autos? Null. Und ich freue mich total immer, wenn ich sehe, was es da alles gibt, dass man sich kümmern muss mit Reifenwechsel, Ölwechsel, TÜV. Und tanken macht jetzt auch keinen Spaß. Meine Freundin hat ein Auto, dann tanke ich das manchmal voll und bin total froh, davon befreit zu sein. Das Schöne ist auch, in Dortmund kommt man sehr gut durch die Runde. Da gibt es schöne Fahrradwege, kann ich auch definitiv hier empfehlen für Stuttgart. Da kommt man schon sehr schnell sehr weit und ich habe auch keine vielen Wege. Ich habe eigentlich von nach Hause den Weg zur Arbeit und also das Büro, das sitzt halt in der Stadt. Das ist überschaubar. Genau, ist überschaubar und macht dann auch viel mehr Spaß, bekomme ich auch ein bisschen Sport noch mit. Okay, jetzt haben Sie gerade deutlich gemacht, relativ jung, mit 22, 23 eine eigene Stiftung gegründet. Wie ist man dann, da waren Sie ja nur noch mal auf dem Top-Niveau Ihrer Karriere, wie ist man da mit Ihnen umgegangen? Hat man da gesagt, super, das ist ein tolles Image für einen Sportler, der halt auch noch andere Interessen hat, der sich hinstellt und für andere stark macht? Ich glaube, zum Teil ist man einfach jetzt so in der Szene geblendet von, es gibt ja eigentlich nur Fußball. Dann zu verstehen, dass es einen Raum außerhalb dessen gibt, ist schwierig zu fassen, weil das einfach echt wie eine Autobahn ist, auf der man sich bewegt mit 200 kmh. Da guckt man nicht nach links und rechts und noch in den Hinterspiegel, sondern man guckt eigentlich nur nach vorne. Und sonst war ich erst mal dankbar, dass Jürgen Klopp damals mein Trainer war, schon eigentlich eine lange Zeit auch schon zuvor. Jemand, der sicherlich einen humanistischen Charakter hat, der menschliche Werte auch tatsächlich lebt, transportiert und mir auch den Raum gegeben hat, mich zu entfalten, so wie ich das wollte. Und das hat geholfen. Und immer wieder kamen auch Kollegen zu mir und hatten Interesse dafür, das mal zu verstehen. Was ist das? Was ist eine Stiftung? Wie funktioniert das? Und wieso kümmert ihr euch um das Menschenrecht auf Wasser? Und wo macht ihr das? Und wo ist das? Das gab es nicht natürlich in dem Maße, in dem ich mir das erhofft habe, aber immer wieder mal, weil natürlich im Arbeitskontext, also in der Kabine sozusagen, da geht es eigentlich um 4-3-3, 4-4-2. Wie spielt der Gegner? Wie spielen wir? Wer ist der nächste Gegner überhaupt? Wie war das letzte Spiel? Und dann ist schon das Training rum. Und das neueste Auto vielleicht noch. Und das neueste Auto. Und vielleicht noch, wir hatten das auch mal eine Zeit lang kurz, da haben Leute, irgendwie noch Kollegen oder irgendeinen Dienstleister eingeladen zum Trainingsgelände. Der kam dann, hat eine Tasche geöffnet und dann war da Schmuck oder irgendwie was. Also nicht vom Schwarzmarkt singend. Ich glaube, das gab schon auf Rechnung irgendwie oder Klamotten und dann wurde halt da eingekauft. Und das war absurd. Und spätestens dann war der Tag auch schon vorbei. Und was haben die Vereinsverantwortlichen, Präsidium, wie haben die dieses Engagement aufgenommen? Nicht überall positiv und eher häufiger dann auch zum Teil negativ, sehr implizit. Was kann man daran negativ finden? Ich glaube, viele dachten sich, das ist unser Spieler, dem geben wir ja schon ein Gehalt. Und der gehört uns dann auch komplett. Das heißt, wenn er sich abseits des Platzes noch für andere Sachen interessiert und sich damit auseinandersetzt, sich dafür dann auch einsetzt, puh, was passiert dann eigentlich mit dem Fußballer, für den wir ja eigentlich das Geld geben? Und naja, ich weiß noch, dass bei einem Verein mir dann schon deutlich gemacht wurde, dass ich das möglichst runterfahren soll. Und ich habe das natürlich gar keinen Fall akzeptiert. Ich habe gesagt, das bin ich. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann bin ich der falsche Spieler für euch. Und wenn ihr mich kritisiert, dann bitte sehr gerne, aber dann dafür, dass ich entweder im Training nicht Gas gebe oder dass ich zu spät bin oder nicht ehrlich oder was auch immer. Dann seid sachlich und sagt mir, was ich tun soll. Diese Kritik habe ich aber nicht bekommen. Ich habe nur immer so diese Versteckte, die nichts mit dem Fußball zu tun hatte, sondern eigentlich mit dem Mensch und meinem Engagement, das außerhalb dem Fußball stattgefunden hat. Sie sagen heute, Sie hätten als Profi zum Teil sinnlos gelebt. Und Sie stellen sich im Nachhinein ein extrem schlechtes Profizeugnis aus. Keine bleibenden Freundschaften, menschlich nicht weiterentwickelt, nichts geschafft, auf das Sie stolz sein könnten als Fußballer. Das muss man ja trennen. Das ist wirklich wenig, oder? Das ist wirklich wenig, aber so ist es, wenn man in diesem Sog ist. Das Sportliche nimmt alles ein. Und der sportliche Erfolg, der zählt gesamtmenschlich. Also ich hatte sonst nichts anderes. Meine Familie, die weiterhin in Amerika lebt, mit der konnte ich auch wenig aufbauen oder beibehalten. Persönlich meine Freunde beispielsweise, privaten Freunde, die ich dann irgendwann mal später gemacht habe, die gingen ja während diesem Alter in die Universität. Das heißt, die hatten Profs vor sich, die ihnen ganz intellektuelle Fragen gestellt haben, wo sie ihr Gehirn ein bisschen trainieren mussten. Während ich jeden Tag mich fragen musste, wie ist denn der nächste Gegner? Und spielen wir 4-4-2 oder 4-3-3 schon wieder? Und deshalb waren es für mich wirklich Jahre, wo ich sehr viel verloren habe. Ich bin quasi so rumgeirrt wie im Wald. Am Ende war ich an der gleichen Stelle, habe gar keinen Weg irgendwo hingemacht, weil ich auch nicht wusste, wohin ich überhaupt gehen möchte. Sondern ich bin wie ein Wilder einfach nur rumgeirrt. 500 Brunnen ließ unser SW1-Leute-Gast Nevin Subotic schon mit seiner Stiftung bauen und ermöglicht so fast 200.000 Menschen in der ganzen Welt den Zugang zu Wasser. 450 Projekte finanziert ihr. Das muss doch Ihnen ein ganz gutes Gefühl geben, oder? Weil wir es eben davon hatten, sinnlos gelebt als Fußballprofi. Ja, es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit, absolut. Gibt es auch ein gutes Gefühl. Sicherlich, wenn man da drauf schaut. Das Problem ist, wir sind in sehr ländlichen Regionen, in sehr armen Regionen, in Ostafrika, wo wir, um an ein Projekt zu gelangen, vielleicht an 20 oder andere Gemeinden vorbeifahren, die noch weiter gezwungen sind, Wasser aus verdreckten Quellen zu nutzen. Und das Wasser ist dann 3, 4, 5 Stunden weg von der Gemeinde. Und das ist dann so die Lebensrealität. Das ist ja auch das Problem, das wir dafür bekämpfen. Denn wenn man keinen Zugang zu sauberem Wasser hat, dann hat man ja trotzdem noch irgendwo Wasser in der Nähe. Sonst wäre man ja in der Wüste und könnte gar nicht überleben. Und das bedeutet, dass die Menschen mehrere Stunden, in der Regel sind es Frauen oder auch Kinder, 3, 4, 5 Stunden investieren, Wasser dann schleppen. Das ist einerseits anstrengend. Das Wasser ist dann auch nicht sauber. Es ist verdreckt. Es schadet der Gesundheit, anstatt sie zu fördern. Und dann ist man schon sehr schnell in einem Teufelskreis, wo nicht nur die Gesundheit gefährdet wird, sondern auch die Bildung, weil die Kinder dann vielleicht die Möglichkeit haben, nicht zur Schule zu gehen. Weil sie eher Wasser holen müssen. Weil sie eher Wasser holen müssen. Oder wenn die Mutter Wasser holt, dann muss die älteste Tochter zu Hause sich um das Haus kümmern. Vielleicht, wenn da ein Säugling noch da ist, dann auf den Säugling aufpassen und so weiter. Und selbst wenn, und das ist selten an der Fall, aber selbst wenn man dann zur Schule gehen könnte und man hat vielleicht schon den Weg hinter sich oder man, genau, dann kann man sich nicht wirklich komplett einbringen, weil die Gesundheit und die psychologische Gesundheit auch einfach dafür fehlt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass eben saubere Wasseranlagen direkt in den Gemeinden und an den Schulen gebaut werden. Wir setzen uns dafür ein, dass an den Schulen auch Sanitäranlagen gebaut werden und dass das Ganze nochmal komplementiert wird mit Hygienetraining und auch Managementtraining, um sicherzustellen, dass die Anlagen langfristig funktionieren. Und das Wasser sauber bleibt. Und das Wasser sauber bleibt, genau. Und wenn ich jetzt gerade von Brunnen gesprochen habe, dann hat man die idyllische Vorstellung eines gemauerten, runden Dings mit einem Loch in der Mitte. Es handelt sich hier eher um große Pumpenanlagen. Es sind größere Wasseranlagen. Manche Anlagen, die bedienen 2000 Personen gleichzeitig. Die werden über mehrere Kilometer dann auch distributiert. Da gibt es dann vielleicht ein Bohrloch, das so 200 Meter tief ist. Und abhängig von dem Potenzial, das da im Grundwasser ist, wird das dann auch entsprechend weit an x Personen, also mehrere tausend Personen, manchmal dann auch geleitet. Und das sind also größere Anlagen. Und wir finanzieren. Das ist die eine Arbeit, die wir machen. Gleichzeitig sind wir auch ein Entwicklungspartner für die Lokalorganisation, mit denen wir dort zusammenarbeiten, um eben sicherzustellen, dass die Kompetenzen vor Ort erweitert werden von dem Partner, sowie auch von den lokalen Behörden, damit eben die Zukunft dieses Projekts auf sicheren Beinen gestellt wird. Mit wie viel Kohle stecken Sie denn da drin? Also Gelder zu sammeln ist das eine, aber Sie haben ja der Stiftung bewusst diesen Namen auch gegeben, Nevin Subutic Stiftung. Ja, für mich ist das auch etwas, wo ich tagtäglich nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit investiere. Das, was uns ausmacht, ist unser 100% Versprechen. Denn jede Spende wird mit jedem Cent nur in das Projekt eingesetzt. Die kompletten Verwaltungskosten, die wir haben, und das können schon 400, 450.000 Euro im Jahr sein, das sind Spenden, die ich tätige oder zunehmend dann auch, damit wir es langfristig gestalten können, dann auch besondere Unterstützer leisten, mit denen das aber explizit geklärt ist. Das heißt, wenn man eine Spende tätigt, zu 100% geht die dann in die Projekte. Haben Sie prominente Geldgeber auch dabei? Wir haben prominente Geldgeber, wir haben auch jede Menge nicht prominente Geldgeber, aber ich glaube, keinen Namen darf ich sagen, was ich aber sagen darf. Und auch hilfreich ist, wie wir die Sache herangehen, wir glauben und vertrauen in die Zivilgesellschaft. Das heißt, bei uns, unsere BotschafterInnen, das sind Personen, die man nicht zwingend kennt. Man könnte schon fast sagen, kennt keinen Sau, aber das sind Leute, die sich wirklich engagieren. Das sind Leute, die auch mit uns vor Ort waren, die erlebt haben, worum es geht, nicht nur das Problem an sich, sondern auch verstanden und gespürt haben. Am Ende, wir können über Wasser und Sanitäranlagen und so weiter sprechen. Das ist aber auch nicht die oberste Ebene. Die oberste Ebene ist tatsächlich, auf Augenhöhe mit anderen Menschen zu sein und nicht nur das zu sagen, sondern sich auch dafür zu engagieren. Und das Wissen und diese Erfahrung bringen unsere BotschafterInnen hier in Deutschland fast jeden Tag, manchmal auch einmal im Monat oder einmal im Quartal zum Einsatz und das ist das, was zählt. Jetzt gibt es eine weltweite Aktion, weil wir es schon von Ihrer Stiftung hatten, die weltweite Aktion Common Goal. Da machen Fußballerinnen und Fußballer, auch Trainer mit, die geben, wenn ich es richtig weiß, ein Prozent ihres Jahresgehaltes ab für soziale Zwecke, stellen Sie das zur Verfügung. Das ist ja schon mal was, oder? Das ist mehr als nichts. Und mehr als nichts ist nicht die Erwartungshaltung oder die Haltung, die ich vertrete oder wofür ich mich einsetze, sondern wenn man auch mein Buch liest und vor allem den Titel schon sieht, es geht um alles geben. Was bedeutet für mich alles geben und mich an dem Maximum zu orientieren? Und bei Common Goal ist es so, ein Prozent ist so ein Mindestmaß, das dargestellt wird, und das besser ist als nichts, aber noch weit davon, alles zu sein oder das Maximum an sich. Und da finde ich es noch wichtig hinzuzufügen, dass die Welt sicherlich besser dasteht, wenn wir ein Prozent haben als kein Prozent. Aber wir stehen noch besser da, wenn wir diesen ein Prozent nicht als eine Messlatte nehmen, sondern eigentlich wahrnehmen, als wie traurig der aktuelle Stand ist, wo wir schon mit ein Prozent definieren, das ist eine gute Sache. Ich finde, viel mehr Menschen haben viel mehr Potenzial und sollten sich nicht an einer gewissen Zahl orientieren alle, sondern jeder sollte in sich schauen und sagen, was ist mir wichtig, wie sehr ist mir das wichtig. Und vielleicht kann auch Common Goal für einige FußballerInnen oder auch Trainer dann der Einstieg sein, der erste Schritt zu alles geben. Das würde ich mir hoffen, denn wenn es dabei bleibt, dann ist es zu wenig. Sehen Sie dann diese Ein-Prozent-Abgabe des Jahresgehaltes eher als so eine Art Alibi-Funktion für die FußballerInnen, Fußballer, die sagen, ich engagiere mich doch sozial, ich habe doch hier bei Common Goal mitgemacht? Ja, also es kann für gewissermaßen Greenwashing dann auch agieren oder Whitewashing in der Hinsicht, als dass man irgendwas tut, dann noch ein kleines Zertifikat bekommt und damit an eine andere Instanz hinleitet und sagt, ja, ich mache das ja doch. Das kennen wir auch von den großen Konzernen und das ist, glaube ich, nicht der Weg zwingend nach vorne. Wie gesagt, das ist besser als nichts. Aber es geht mehr. Nicht nur es geht mehr, sondern es muss auch mehr geben, weil wenn die gegenseitige Erwartungshaltung aneinander ist, 1% von Leuten, die beispielsweise auch 10 Millionen verdienen, dann, finde ich, hat diese Erwartungshaltung nichts mit einer Haltung zu tun. Wir dürfen und sollen uns in einer Gesellschaft, vor allem in einer demokratischen Gesellschaft, sehr gerne ermutigen, das Maximum für die Gesellschaft zu leisten. Und da können wir, glaube ich, nicht bei 1% anfangen. Das ist schon viel zu wenig. Jürgen Klopp haben wir eben schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ihr Trainer in Mainzer und in Dortmunder Zeiten, der macht bei Common Goal auch mit. Jetzt haben Sie doch einen ganz guten Draht zu dem. Da könnten Sie nur sagen, Junge, da geht mehr, das ist zu wenig oder mach bei uns noch mit. Ja, genau, könnte ich. Ich kann das Ihnen nächstes Mal gerne vorschlagen. Wie gesagt, ich finde es nicht wertlos, dass es da ist und dass es das gibt. Aber 1% ist nun mal eine verdammt niedrige Messlatte. Ich setze lieber meinen Fokus, weil ich auch limitiert Zeit habe jeden Tag, wirklich auf die Menschen, für die 1% auch, glaube ich, einfach gar nicht in Frage kommt. Weil die eigentliche Frage ist nicht, ob 1% oder 2%, sondern die Frage ist, so was kann ich tun? Nicht nur finanziell, sondern was kann ich auch mit meiner Zeit tun, die ich habe? Weil so sehr wir nur über das Finanzielle sprechen, das blendet uns ja dahingehend, dass wir ja auch noch Menschen sind mit einer vorbildlichen Rolle, wo unsere Handlungen auch ein Zeichen für Gerechtigkeit sein können. Und umso schöner ist es natürlich, wenn Leute unabhängig davon, ob sie spenden oder nicht, oder wie viel sie spenden, sich mit den Themen auseinandersetzen, dass auch in Handlungen und Entscheidungen dann auch anwenden und auch positive Vorbilder in der Gesellschaft sein können. Oder manchmal auch nur in der Familie, wenn es ein Familienvater oder eine Mutter ist, die dann auch den Kindern vorlebt, wie man eigentlich leben sollte, so dass es auch wirklich fair ist für die Menschen, die am anderen Ende der Produktionskette stehen.